Und neulich habe ich dann ein Angebot gesehen von GetResponse und habe mir gedacht, ich gucke mir das mal an. Warum? Weil GetResponse in Polen sitzt. Das heißt, es sitzt innerhalb der EU und das ist im Thema Datenschutz natürlich immer ein bisschen besser, als wenn du ein Unternehmen für die Kundendatenverwaltung hast, das außerhalb der EU sitzt. Aber das nur so am Rande. Also habe ich mir angeschaut, welches Paket könnte denn bei uns passen. Habe mich hier einmal auf der Übersichtsseite ein bisschen schlau gemacht und für mich ging es in erster Linie darum, dass ich Webinare hosten wollte. On-Demand-Webinare, die bei uns auch auf Kajabi schon laufen, wo unsere Kunden sich rund um die Uhr ein Webinar anschauen können und dann selber entscheiden können, wann sie sich das Webinar anschauen, also zeitlich und ortsunabhängig. Und da dachte ich mir, es ist vielleicht interessant, wenn man ein Webinar-Funnel hier baut mit einem passenden E-Mail-Marketing hinten dran. Also habe ich mich hier ein bisschen auf der Seite umgesehen und dann festgestellt, erst entdecken, dann entscheiden, probiere alle Funktionen 30 Tage kostenlos aus und ja, was habe ich dann gemacht? Einen dieser Button hier gedrückt, mir ein kostenloses Konto erstellt und dann geschaut, wie die Webinare funktionieren. Hier oben steht das auch nochmal, teste die Premium-Funktion kostenlos für die nächsten 30 Tage. Also, ich gehe mal hier ein bisschen auf die Seite, schaue ich mir unter Tools hier das an, was mich interessiert. Du siehst, es gibt hier eine ganze Menge mehr, das du machen kannst, aber es ist leider nicht so, wie es hier versprochen wird. Unter anderem bei den Webinaren. Und zwar bin ich hier drauf gegangen, habe dann gesehen, hier gibt es Live-Webinare, die man einrichten kann und es gibt die On-Demand-Webinare, genau das, was ich ja vorhatte. Und ja, klickt da drauf und es steht hier Konto upgraden. Also das ist Punkt 1, der mich wirklich massiv stört. Wenn eine Firma ein Kundenversprechen gibt, teste die Premium-Funktion kostenlos für die nächsten 30 Tage. Ist das hier keine Premium-Funktion oder ist das vielleicht die High-Class-Deluxe-Variante oder was auch immer? Also wenn hier schon geschrieben steht, teste es, dann erwarte ich auch, dass ich testen kann, weil ansonsten komme ich mir vor, als hätte ich da meine Daten abgegeben und werde dann hier gleich gerippt. So, und wenn ich das dann getestet habe und festgestellt habe, dass es gut ist, nochmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ich muss mal ein bisschen scrollen. Du siehst, das kann eine ganze Menge, das Tool oder eben halt auch nicht. Bei den Webinaren ist es so, hier hätte ich das E-Commerce-Marketing-Paket gebraucht. Also On-Demand-Webinare gehen erstmal nur hier damit, die Live-Webinare auch eher. So, also habe ich mir gedacht, gut, okay, komm, hast einen guten Tag. Weißt du was, buchst du das einfach mal einen Monat und nochmal, wir reden hier ja nicht von irgendwie 2,50 Euro, sondern wenn du das ausprobieren möchtest, dann im monatlichen Plan E-Commerce-Marketing über 106 Euro. In meinem Fall waren es nur, in Anführungsstrichen, 90 Euro, weil sie gerade ein Angebot hatten. Also habe ich Zähneknirschen die 90 Euro in die Hand genommen, habe das Ding gebucht und bin dann hier voller Tatendrang wieder auf Webinare gegangen, um dann ein On-Demand-Webinar zu erstellen, was aber leider nicht ging. Ich kann dir das jetzt leider hier nicht mehr zeigen. Das ist ein anderer Account, ein neuer Account. Ich musste ihn nochmal registrieren, damit ich dieses Video hier machen kann, denn mein anderer Account ist zwischenzeitlich schon gelöscht worden. Das sage ich dir gleich, warum. Und wenn du hier ein On-Demand-Webinar dann aufzeichnen möchtest, beziehungsweise verbreiten möchtest, das dann rund um die Uhr läuft, damit deine Kunden sich das angucken können, wann immer sie das mögen, musst du zuerst ein Live-Webinar machen und von diesem Live-Webinar kannst du dann ein On-Demand-Webinar erstellen. Hast du bereits ein Webinar aufgenommen aus früherer Zeit, so wie ich, oder eins, das du aufgezeichnet hast, weil du sagst, ich möchte das gerne aufgezeichnet haben, damit das, vielleicht bist du vor der Kamera nicht so fit, was auch immer es für Gründe gibt. Du hast ein fertiges Webinar, vielleicht auch aus einem anderen Tool, möchtest es hier dann als On-Demand-Webinar machen, dann geht das nicht. Und das habe ich nur rausgefunden, indem ich den Support kontaktiert habe und dann sagte die Dame, nein, funktioniert leider nicht. Der zweite Grund, warum ich dir GetResponse auf gar keinen Fall empfehlen kann, ist, ich habe am 17.07.16 Uhr das Produkt gekauft, 90,10 Euro ausgegeben, um, wie gesagt, diese Funktion zu testen, wo mir versprochen wurde, die könnte ich auch kostenlos testen, was nicht der Fall war. Und habe dann, nachdem ich festgestellt habe, dass das nicht funktioniert, um 16.50 Uhr den Support angeschrieben, dass diese Funktion eben nicht verfügbar ist und dass ich ganz gerne mein Geld zurückhaben möchte. Und die haben mir dann auch zurückgeschrieben, einen Tag später, am 18.07.15.43, dass ich doch bitte darauf achten soll, es gibt eine Non-Refund-Policy, das heißt, dass Sie bezahltes Geld nicht zurückerstatten. Das bedeutet, 16.07 Uhr gekauft, 16.50 Uhr gemeldet, knapp eine Dreiviertelstunde später und das Unternehmen besteht darauf, dass es das Geld trotzdem behält. Und Punkt 3, warum ich dir GetResponse nicht empfehlen kann, ist folgender. Wenn du dein Abo kündigst, egal ob das ein Monat geht, ein Jahr oder zwei Jahre, weil du dir denkst, okay, komm, ich kündige das lieber vorsorglich, damit ich es nicht vergesse, wenn es sich nicht automatisch verlängern soll oder was auch immer, dann passiert folgendes, GetResponse kündigt nicht nur das Abo, es schließt das gesamte Konto. Das sagen sie dir auch, aber man kennt das von anderen Anbietern, du kannst es normalerweise dann bis zum Ende der Vertragslaufzeit noch nutzen. Nicht so bei GetResponse. Wenn du dein Abo kündigst, dann löscht GetResponse deinen Account und zwar komplett. Du kannst es dann nicht mehr nutzen und auch nicht, wenn du jetzt ein Jahr oder noch zwei Jahre Laufzeit hast, dann ist das Abo tot, der Zugang ist tot. Du kannst dein Produkt, das du bezahlt hast, dann nicht mehr nutzen. So, fassen wir nochmal zusammen. Erstens, falsches Kundenversprechen abgegeben. Es ist nicht wahr, dass ich alle Premium-Funktionen 30 Tage kostenlos testen kann. Die Webinare, die Online-Webinare gingen nicht zu testen. Also, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich ein Online-On-Demand-Webinar hosten möchte, dann muss dazu ein Live-Webinar existieren, das ich bei GetResponse aufgenommen habe. Externe Quellen sind nicht zulässig. Man kann auch kein Video hochladen. Das geht alles nicht. Und das ist meiner Meinung nach eine schlechte Kommunikation nach außen. Und alles das kann passieren, ja, im Bereich Marketing. Vielleicht hat einer vergessen, da irgendwie ein Ausrufezeichen zu setzen, den Kunden aufzuklären, was auch immer. Aber, wenn sich dann ein Kunde darüber beschwert, dann noch so wenig kulant zu sein, dass man sagt, hey, der hat das Programm gerade mal 43 Minuten ausprobiert, lass dem mal die 90 Euro zurückgeben. Ganz ehrlich, wie bescheuert muss man sein, dass man einen Kunden wegen 90 Euro verprellt. Und angeblich hat GetResponse über 350.000 zufriedene Kunden. Ich bin auf jeden Fall einer, der es nicht ist. Und ich werde auch niemals einer, ich werde all unseren Kunden über 2.500 niemals empfehlen, dort hinzugehen. Warum? Nicht, weil das Tool nicht gut ist, sondern weil dort eine Non-Refund-Policy herrscht. Und zwar komplett strikt. Keine Einzelfallbetrachtung, sondern wird einfach pauschal drüber gebügelt. Nein, geht nicht, machen wir nicht. Ende aus, Feierabend. Und das Dritte ist, ihr schließt Konten, die bezahlt sind. GetResponse macht dein Konto zu, obwohl du diese Leistung bezahlt hast. Und das ist für mich eine Politik, eine Firmenpolitik. So geht man mit Kunden nicht um. Und aus diesem Grund kann ich vor Firmen wie GetResponse einfach nur abraten. Wir werden es nicht nutzen. Und du solltest dir denn also wirklich sehr genau prüfen, ob du es tust. Prüf auf jeden Fall jetzt schon mal, ob die Funktionen, die du nutzen möchtest, ob du sie wirklich kostenfrei testen kannst und ob sie dann auch so funktionieren, wie du dafür bezahlst. Denn ansonsten ist dieses Tool für uns in jedem Fall Schrott. Bis bald.